Liebe Zuschauer von KTV, am 13. März 2013 wurde Papst Franziskus gewählt. Zehn Jahre Pontifikat nehmen wir zum Anlass, unser Programm am Sonntag, den 12. März und Montag, den 13. März, zu aktualisieren. Mit dem Talk aus Augsburg kommt Bischof Bertram Meyer zu Wort, der Papst Franziskus häufig begegnet ist und den Vatikan aus seiner Zeit im Staatssekretariat bestens kennt. Eine Einschätzung gibt auch Stefan von Kempis im Talk aus Rom. Er beleuchtet die Dekade unter Papst Franziskus aus der Sicht von Vatican News Radio Vatikan. Neu bei uns im Programm ist dann auch die Dokumentation, wer ist Papst Franziskus. Eindrucksvolle Bilder aus dem Leben des früheren Kardinals von Buenos Aires zeigen sein außergewöhnliches Charisma. Schalten Sie ein, wir freuen uns auf Sie! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020